bonjour guten morgen jetzt kommt unser erstes grammatik video endlich online es hat ein bisschen gehängt aber jetzt geht's heute wollen wir sätze mit ilia bilden was ist denn ilia schauen wir uns doch erst mal an das ist jetzt mag es mich wieder nicht das ist immer der ersten teil bei der grammatik wir gucken mal genau hin und sehen lesen hören die grammatik erst mal dans le sac ja was ist denn in diesem sac dans le sac il y a un crayon dans le sac il y a une gomme dans le sac il y a un cahier dans le sac il y a un livre dans le sac il y a un effaceur dans le sac il y a une règle so da waren jetzt ja ganz viele ilias dabei wenn du sie nicht gesehen hast spul noch mal zurück schau sie dir noch mal an in jedem satz kam ilia vor was hat es jetzt damit auf sich was wir gemacht haben war wir haben gesagt was alles in dieser tasche drin ist das waren unsere sätze mit dans le sac il y a das heißt wenn wir jetzt unser lineal als beispiel nehmen dans le sac il y a une règle ich habe es jetzt hier schon mal mit abständen geschrieben wir haben ganz vorne hier in der tasche dans le sac ganz hinten ist auch klar une règle un lineal das heißt dass in der mitte hier das heißt übersetzt ganz offensichtlich befindet sich im deutschen würden wir einfach ist nehmen in der tasche ist ein lineal die franzosen machen das etwas umständlicher in der tasche befindet sich ein lineal da ist noch was da ist hier dieses komma das komma sagt uns dass da vorne muss irgendwie im französischen besonders sein was ist da besonders da steht vorne der ort und daran hängt alles deswegen brauchen wir das hier da wird es noch mehr regeln geben da werdet ihr mit diesem ilia noch bestimmt drei vier jahre immer mal wieder was neues lernen für jetzt reicht uns das der ort steht vorne also brauchen wir ilia gecheckt schauen wir also in der tasche ist ein radiergummi wie sagen wir das die tasche steht vorne also dans le sac il y a une gomme so dann werden wir doch mal kreativ in der schule sind zwei lehrerinnen irgendjemand wird schon dort sein wir lehrer können ja noch ein in der schule lang lang ist sehr was war denn die schule gleich wieder das war das kollege so die zwei kennen wir auch das war die lehrer lehrerin war prof was machen wir jetzt mit dem sind keine panik gar nichts machen wir da das heißt wir können ilia ganz genauso auch für die mehrzahl verwenden das ist ein ausdruck und nur den einen müssen wir lernen das ist doch mal praktisch oder also wir merken uns ilia verwenden wir immer dann wenn wir aufzählen was sich an einem ort befindet und wenn dieser ort vorne steht das war's so einfach oder um das gleich mal zu üben könnt ihr in eurem buch auf der seite blätter 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 auf der seite 37 die übung 1 angucken die übung 2 können diejenigen von euch machen die die cd haben da schaue ich aber nachher noch mal nach ob ihr da eventuell auch den webcode nutzen könnt ich wünsche euch auf jeden fall viel erfolg und viel spaß beim lernen mit den videos